somit hallo und herzlich willkommen zu einem stream mit ori jetzt mal bei 55 prozent stehen knapp drei stunden die linke zeit unterbieten kann wir waren ein bisschen zu kurz im nirgendwo aus so weit ich weiß aber das sehen wir nicht so groß bevor es so schnell kann es gehen aber so rechts Oh Gott. Sehr schön. So, dann tun wir die auch. Ich habe den Tor getroffen. Was haben wir? Wo lang Kuro drückt ist der Weg zum Nibel vor uns versperrt. Ich schaue noch. Dort oben können wir vielleicht ablenken, wenn wir diese Felden lösen. Warte doch sicherlich. so wie sind wir unten am wundern wir haben gleich eine feder jetzt können wir gleiten wir haben den kleinen dicken vergessen schule ternchen wirst du dich beim menü reinschauen wirst du dich wirst du dich wirst du dich wirst du dich schweig nach mit sehr schön auf der rechten Seite mit das geht noch gar nicht, he he, weil, das geht ja noch gar nicht so, da gegenüber war glaube ich auch noch was gewesen so nicht der dunst des nebelforrest war für alle trügerische trügerische wer sich daran verlief, taucht nie wieder auf so welcome to the jungle ja 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 dazu kein absender, bitteschön so irgendwie bin ich heute nicht ganz bei der Sache bläht zu viel AP so, was haben wir noch schönes erstmal fertig jetzt finden wir noch vier Fähigkeiten, aber fertig die verhüllte Laterne dieses geheimnisvolle Dunst dringt aus ihrem Stamm wenn wir eine Möglichkeit finden sie zu entzünden wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet dann dann und 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 Ah ok, das war keine Zeit zu entziehen, gut, dann nicht. Und noch mal ganz von vorne, weil es schön war, juhu. Äh, das war's nicht das. Was ist das? 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 Dann klappt es mich auch. Was ist das? 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 Ah genau da muss ich von der Anzahl wir ran. Da muss ich von der Anzahl wir ran. Da muss ich von der Anzahl wir ran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fuck 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 Und den dritten Stein Oh, fuck 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 Nah, let's have toma Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Ok Dann war es hier hoch, genau. Dann war es halt hier hoch. Dann war es hier hoch. Ach ja, jetzt wird es hier lustig. Ich habe es schon mal gesehen gekriegt. Ich muss hier nur kurz nachdenken, wo noch was es war. Ich glaube, da oben war noch was. Ich glaube, da oben war noch was. Ich glaube, da oben war noch was. Ich weiß noch gar nicht, ob ich richtig bin oder nicht. Ich glaube, da oben war noch was. Ich glaube, das ist hier richtig. Ah, da fehlt noch. Aber passt doch. Ich glaube, ich muss sowieso nicht mal rein. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war geplant. Ich weiß nicht. 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 Das war's für heute. Da oben komme ich nicht weiter, das muss ich später machen, jetzt mal unten. Und den zweiten Kartenstein. Das war's für heute. Ich hab die bitte schon vergessen, die kalten Steine zu aktivieren. Ich sehe nämlich maximal... Sehr gut. Hm. Hm. Ach, Schoss hier mit den eigenen Mülln. Ich trau mich dabei einmal hoch. So nicht. Mach mal so. 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 Ach so. Ah, steht da komme ich nicht hoch. Okay. Dann komme ich nicht rein. Boah, hier ist hier eine Fähigkeit für. So, da runter müssen wir. Hier rein. Oh, fuck, das war knapp. So, hier runter. Das Tür auf, los kommt. Okay. Oh, noch ein Kartenstein. Bläh. Danke. Komm mit. Ah, Mist, habe ich vergessen. Ich muss hier hoch schieben. Na komm, komm raus. Komm raus. Okay. Okay. Gib mir die Karte. Jetzt gibt es auf den Sack, zack, 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 zack. So kann man absenna, danke. Nur richtig lustig wird es gleich eine Elendsruine, wenn ich da jetzt 100% das erste Mal schaffen will, dann wird es richtig lustig. Das wird richtig sportlich. Wo jetzt? Genau, Prost! Das war hierfür später. Genau, da kommen wir später hin. Einst üppig grün, jetzt mit Eis bedeckt. Jene, die nicht entkamen, bezahlt mit ihrem Leben. Die Land spaziert. Die Elendsruinen. Die Elendsruinen. Hier leben die Grymonen. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit Licht des Geisterwurms. Das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein! Dieser Grymonen wurde eingefroren. Sie konnten nicht entkommen, als das Element des Windes sein Licht verloren. Und diese Elendsruinen zu ihrem Grab. Jetzt schon hoch. Brauche ich hier den Mauch latschen. Die Grymonen waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft. Doch zu der es aber nie kam. Sie fiel dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage Licht des Geisterwurms daran aufzuwauen. Was hast du es kaputt gemacht? Was hast du es kaputt gemacht? Oh man. So. Das Glück kann man hierbei noch schießen. Dann ist es echt ein bisschen haarig geworden. Beziehungsweise ein bisschen eisig. Warte mal, dich muss ich mal passieren. Nein, 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 nein. Was mache ich denn für Sachen? Ja, das freut mich auch gerade, was ich für Sachen mache, weil da oben habe ich was vergessen. Na gut, gehen wir drauf. Dann machen wir es halt so. Die Musik wird so eipisch. Die Musik wird so eipisch. Das ist schon ein bisschen wegen der Musikspielen. Das ist ein schönes Orchester. ich finde mit so streich sachen kann man sehr viel gute musik machen das klassische instrument halt so So, jetzt gibt es eine Linke, was wir da? Erstmal safe hin, jetzt war klar, dass die Unterfälle ist. Hm, rühren. hmm oh Na los, die Entschuldigung, geht doch. So, weiter geht's. Heiß, sssss, ssss, weiter gedacht, das Ding glüht ja. So, weiter geht's. 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 Oh, es wird schafft. 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 Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufgebaut. Diese Ruinen sind alles was von Gugmo übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gugmo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist die letzte seiner Art. Uri, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel. Für Erinnerung an die Gugmo. Wir müssen das Element des Windes wieder erstellen. Flying High Bewegt von ihren Worten Schlosser zu handeln. Die Gugmärkte Die Guggenheit Die Guggenheit Was ist das? 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 Das ist das? Nein. Nein, ich kriege es noch mal wundern. Ach ja. Das war mir genauso nicht meinst, du kannst eine Abteile nur besuchen, wenn es eine Eimer drin ist. Vor der Definition, weil da kannst du es jetzt mal wieder machen, dass du rein gehen kannst. Diesmal wird sich, sind wir ihren Clown gerade mal gekommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will ihr Kind beschützen. Vergiss nicht, Ori. Das Element der Wärme muss noch erzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich hoch auf dem Towerpass. Wir müssen auf dem Wind reiten, wenn er uns den Weg weisen wird. Soll ich mal mit schreiben. Früher war es so, dass dieser Teleporter da nicht da war. Wir müssen das alles mal einen Rutsch machen. Die Edition habe ich noch gespielt. Das war die normale Edition. Mittlerweile ist ja in jedem Tempel so ein Ding drin. Ich habe ziemlich viel vergessen. Okay. Ich glaube, da muss ich noch mal hin. Ich habe ihn komplett ausgelassen. Okay. Okay. Dann mache ich den gleich im Anschluss, wenn ich hier oben war. Weil dann kann ich echt alles holen. Dann kann ich nämlich alles holen. Okay. So. Hier war ich sofort durch. Ich halte das Wind. Es fehlt ein bisschen was. Das da fehlt noch. Das da fehlt noch. Das da fehlt noch. Das ist ein Hohlheim. Da fehlt auch noch was in Schwarzwurzel gegen. Ah. Das Ding da oben fehlt noch. Da war ich noch nicht. Da. Deswegen 29%. Ich mache jetzt das Teil des Windes und mache ich jetzt ein Traupass. Ehrholheim fertig. Und mache ich das Teil des Windes. Ich bin so ein Teppich. Waaah. Dann mache ich jetzt schnell das Teil des Windes fertig. Weil dann habe ich die letzte Fähigkeit. Dann kann ich alles holen. Was ich brauche. Mal aufzunehmen. So. Die Flam Explosion. Was sagen wir haben? Was sind wir? Das ist ja. Was ist das? Ich bin eigener offen geschlagen. Da oben war glaube ich der Stein, genau der Bild. Ist der damals so gut geholt? Na, bloß hoch, hoch da! Na jetzt aber. Dann machen wir es halt so. Wenn es klappt. Irgendwo einen Kartenstein vergessen. Ich weiß echt nicht wo. Oh, cool! Das war's für heute. Jetzt muss ich gucken wie ich da lang muss. Dort geht glaube ich nicht oder? Ne geht noch nicht. Da von unten lang. Den Kartenstellen, äh den Kartenstellen jetzt natürlich öffnen. Den eigenen Waffen geschlagen. Hm, der fehlt noch schnell. Ach der war da oben, genau. Vergessen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Hey, hey, toll, vergessen. Können wir auch erst Laterne an. Oh, das sollte echt kein Problem sein. Wie versiehst du, so kommt man auch die ganzen Sachen hin. Ohne alles schon zu haben. Oder auch nicht, wenn man sich doof anstellt. Ohne alles schon zu haben. Okay. Get's aber. So... So... Oh, fuck. Ich weiß nur, wie das kleine Leiternchen da stand und wo Sufi dabei ist. Das war so süß. So... Prost. Drei Stunden habe ich noch. Drei Stunden habe ich noch. Oh, das ist auch schlecht. Drei Stunden habe ich noch. Drei Stunden habe ich noch. Drei Stunden habe ich noch. Ich bin auch ein bisschen fern, ne? Und fern, dass du da Schaden nimmst, aber das Ding selber nicht. So, das wäre erledigt. Da habe ich noch vergessen. Da komme ich aber noch nie rein. Wo ist die Fähigkeit für? Vielleicht kommt der spaßige Teil. Hehehe. Da ist er. Wo ist das? Was ist das? Drei Stunden. 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 Ich weiß auch, dass jemand sicher gehen, ich kenne mich ja, ich wusste es doch. Vielleicht gibt es die neue Fähigkeit, sehr schön. Und die letzte Fähigkeit, dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nibel. Nia stieg hoch in Lüfte und litt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald der Winde. Gib mir deine Kraft. Superspuggerle. Juhu. Na, Blade XX. Schön, dass du reinschaust. Oh, sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ist echt wunderschön. Sieht nur geil aus, hat einen geilen Soundtrack, eine geile Story, ist richtig traurig. Deswegen spielt er auch schon wieder, wenn es im vierten Mal durch. Ich glaube, das geht. Ich wollte es aber mit dem Controller bevorzugen, weil es einfach mit der Störung bist. Weil du teilweise Button-Mashen machen musst und auch teilweise andere Sachen musst. Das ist sehr schwer mit Tastatur. Also ich stelle es sich sehr schwer mit Tastatur vor. Kannst du mal testen, ob das geht? Ja, geht. Mit Tastatur geht es. Wie gesagt, mit dem Controller ist es auf jeden Fall viel einfacher. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Also es ist nicht ganz ohne. Musst du probieren. So, drei Fähigkeiten brauche ich. Was wollte ich machen? Dann machen wir es auf die alten Moshi-Methode, so. So, fast oben. Ah, siehst du, Doktor Lenta, da hast du die Antwort. Der zweite hat sogar dieses Jahr rauskommen. Die hole ich nachher. Wie du gerade hörst, das Soundtrack ist echt phänomenal. Hast du gelesen, was BladeXX geschrieben hat? Mit dem zweiten Teil dieses Jahr. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstern lässt noch immer das Licht erstrahlen. Dass sie so fürchtet. Er ist ja jetzt ein Sie oder ein Er? Weil mal wird es Er gesagt, mal wird es Sie gesagt. Ne, auf jeden Fall nicht. Das Spiel ist echt super schön. Da kann es echt nichts mehr genommen. Oh, hast du einen Sonnenstein gefunden? Und das ist ja jetzt. Meine Ziehmutter lebt wieder, ihre Reise inspirierte selbst jene, der Zweifel hatte. Kumo hatte einen Ort gefunden, zu dem er gehörte. Mithilfe des Sonnsteins können wir jetzt die Taurus Horroberges passieren, aber spürst du das Beben Donnern der Erde? Der Horroberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, er zieht dich mit Nullheim. Passt. Da drücken wir meines Wissens nichts mehr. Froß neues Jahr! Wünsche ich euch auch. Ich sag mal, wenn du schnell bist, brauchst du ungefähr fünf bis sieben Stunden. Ich weiß nicht, wieviel Trudelentern er gebraucht hat, aber er hat ein bisschen mehr gebraucht. Kannst du mal fragen, ich weiß nicht mehr, wieviel er gebraucht hat. Er hat zum ersten Mal gespielt. Wie gesagt, ich hab damals die Originalversion gespielt und dann halt danach die Definitive Edition. Und da hast du halt ein paar Vorteile dadurch. Weil du zum einen eine Fähigkeit mehr hast, die du vorher nicht hattest. Die schon viel erleichtert. Ne, 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 sag mal der Technik, wievielang er brauchst hast. Weil er erst, weil er erstes playthrough. Damit er eine reale Einschätzung hat. Das war auch hundertprozentig sehr schön. Da, 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 da. Da fehlt noch was. Kannst du nachgucken im Steam. Dich! Dich! свободesten! www. και So, ein Teil des Findes, da muss ich noch hin rechts. So, letzte Fähigkeit. Fertig! Meine Fähigkeiten. Oh, fuck. Da war ich schon. Du musst nicht starten, kannst du so gucken. Du siehst doch, wie lange du im Spiel warst. Wenn du schnell gucken willst. 98% wo ich noch so gesagt habe. Acht unten, genau. Okay. Okay. Sorry. Hm. Hm. 99%? Das sind. Ich darf es vergessen. Scorn Star. Ah, okay. Okay. Dann weiß ich schon, was fehlt. Rechts, rechts, rechts. Danke, Froggy. upp, direkt. Schornplan. Ichucke, Stimme. Ichucke, Stimme. Ichucke, Stimme. 100% sehr schön So Weil es eigentlich 100% hat, sind eh ganz ruhig noch sind schwarz Ich sehe kein bisschen Schatten noch Da ist noch etwas offen Mach das, Froggy Ja gut, da wird es schnell gehen Schlaf gut Na gut, das war ein bisschen zu schnell gedacht Das heißt nochmal, holster Schilder Können wir ja eigentlich Zeit lassen Ich habe unendlich Ach, Rotbess, guten Abend Frohes Neues Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen Schön, dass du mal reinkaufst Ne, okay Dann guckt euch mal im Ingame nach Das passt nicht ganz Ich glaube ich, dass du lange gebraucht hast Das ist echt ein bisschen sehr lang Das würde ich selbst der Idee zutrauen Dass du lange gebraucht hast Xperiment Graf 3 5 4 5 5 6 5 10 Der Verlorenheimfieber ist auch noch was? Erster Rüst, weil ich nicht viel gestübt habe in letzter Zeit. Von daher passt er schon. Aber schön, dass wir da sind. Finde ich sehr gut. Naja, ein bisschen am Husten noch. Ich verhabe mich, du Gott, wo es ist. Wo ich was vergessen habe. Hier habe ich so weit alles mitgenommen, somit ich weiß. Ich hatte lange Zeit sehr viele Problemprobleme, deswegen habe ich lange Zeit nicht gestreamt. Okay. Jetzt ist er aber leider schon weg. Er wollte sich wohl nicht spoilern lassen. Eines, was ich mir vorstellen kann, was ich vergessen habe, ist vielleicht... ... dass ich... ... ... eine komische... ... schwarze Träubel vergessen habe. ... 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 Ist es fertig? Es sieht auch ziemlich fertig aus, hier war ich nicht mehr auch drin. Oh, da oben war ich auch. Ich bin hier drin. Da war ich auch, das kann es auch nicht sein. Jetzt brauche ich auch überall. Auch langsam abgekürzt. Was habe ich hier zum Körper vergessen? Ich habe es gefunden, das ist wahrscheinlich besser. Ich denke mal, es ist noch richtig dunkel. Ich muss den Steil umaktiven, kann auch sein. Ich muss den Steil umaktivieren. 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 Ja, passt. Sehr schön. Oh nein, mache ich gleich. Mondgrotte habe ich schon, 100%. Dornensumpf machen. Ich würde sagen, ab in den Dornensumpf. Ich würde sagen, dass ich den Steil umaktivieren kann. Das ist doch nur. So. Noch schnell orientieren, wohin müssen. Auf jeden Fall oben rüber. Ich würde sagen, dass ich den Steil umaktivieren kann. Ich würde sagen, dass ich den Steil umaktivieren kann. Ich würde dann nicht mehr wegwerfen. Da ist das so. Ich würde sagen, dass ich den Steil umaktivieren kann. oh 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 Oh, weia, für den gelaufen. Hat er rechts noch was? Da. Schau mal. Frei schon. Wir sind auch schon durch. Nicht gut. Passt. Wir sind überhaupt kurz. Juhu. So. Hm. So. Vorledigt. Und nach vorne. 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 werde ich ausrichten gleichfalls so unheim fehlt uns noch einiges das heißt wir gehen jetzt mal ganz weit rechts rüber da bräuchte kann ich mich hin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay, war zwar ein bisschen sehr doll, aber es hat geklappt. Und daher, weiß ich schon. Das war mir gerade mehr Glück als Verstand. Ich habe einen 90% geschenkt. 98% Gut, jetzt 2% würden wahrscheinlich diese Aufdeckung der Karte sein. Ich habe jetzt alles auf 100% und trotzdem fehlt mein Kartenstein, irgendwann habe ich ihn vergessen. Das muss man echt nicht verstehen. Die Finsternis füllte sich an diesem verlassenen Ort. An den Toren des Horo-Berges wurde eine schwierige Entscheidung getroffen. Wach auf das Türchen! Sesam öffne dich! Liebe Zwärmequelle, ihr ganzer Ruhm ist ausgebrannt. Lasst uns Vorsicht sein, denn viele, die hier hergekommen sind, kehrt niemals zurück. Und in der normalen Version war es so, dass man da nicht mehr zurück konnte. Deswegen habe ich vor den Lindern damals gesagt, dass er gucken soll, aber als hat. Und der Horo-Berg. Elemente Wärme ist nahe, der Berg, äh doch der Berg, so habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben uns so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben, wir müssen uns in den Quächt stürzen. Speichern! Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich gerade hin muss. Ich glaube, er ist nach oben links, ne? Ja. Okay, das war nicht offen. Okay, dann war es oben rechts. so Entdecken wir mal die Karte auf. Okay, da ist der Kartenstein dafür, falls ihr euch versucht. Wie gesagt, ich hatte einen über. Hey, sag mal, was soll das hier? Schieß doch mal. Hm, das tutet mich doch. Mann, 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 Mann. Während sie im flammenden Meer des Hohe Bärs um ihr Leben kämpfte. Nekomo kann nicht mit. Wünschte Naro sich einzig und allein ihr Kind wiederzusehen. Ach ja, die Liebe einer Mutter. So. Wenn mich alles täuscht, war das eine Scheißstelle. Scheiße. Fängt der echt gut an. Ich bin echt froh, dass ich hier schon alle Fähigkeiten habe. Oh, dieser Felsen scheint eh stabil zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht dazu nutzen, ausbreiten Lava aufzuhalten. Und Action! Und rechts ist dicht. Und rechts ist dicht. Ah, hier geht's hoch. Aufährt. Und so viel Eis genommen, ja, hab ich Eis dabei. Sehr schön. Oh, eins abgeschlossen. So. Na doll. So, ich weiß, hier noch mal. Okay, genau, es war mein... Oh, das war das Scheiße. Das war die... Ach du Kacke. Ja, genau. Ich glaube, Lantan, die Stelle ist auch gemacht, ne? Ich glaube, Lantan, die Stelle ist gut. Ist eigentlich eigentlich so schwer. Wenn man weiß, wie es geht und das auch machen kann. Da war nichts mehr zu finden. Oh, nee. Das kann man nicht nur links hin und rechts hin. Ich glaube, ich weiß nicht, dass jemand drüber kommt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Das war's. Ach stimmt, man muss alle aufschießen. Haha, wobei was. Okay, no. Geht das nicht mehr? Geht das nicht mehr? Das Ding geht nicht. Oder? Nee. Los. Geht das nicht mehr raus? Geht das nicht mehr raus? Geht das nicht mehr? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 oh hey das ist du danke vielen dank für den wait vielen dank wo ist das zusammen hohes neues jahr gesundes erfolgreich ist besonders jetzt links runter nein wusste aber doch was da gab es einen haken nein ich habe vergessen zu speichern scheiße okay ist doch zu menschen habe ich da gedacht dass wir die gespeichern sie ist doch sie ist doch sie ist doch danke jetzt gehe ich auf den sack so jetzt ist es jetzt ganz um rückwärts wissen nicht so was Hu hu hu, geschafft! Wird nach rechts drüber? Wird nach rechts drüber? Oh man, ich schaff muss es aus. äh mir schwant irgendwie böses warten das hier nochmal ach genau witzig auch nie es wird so quicktime events Juhu. Das hat letztendlich auch genossen. Du kannst dir jeden ruhig hochzufahren. Heiß, 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 heiß. Okay, ich muss auch sagen. Immer schön in Bewegung bleiben. Wird's nicht zu heiß. Okay. Okay. Ach, der Stein ist auch dabei. Ich werde es rausziehen. Fünf gute Leute hier. Einmal recht. So rechts links rechts links haben wir jetzt müssen wir noch nach links und zwar hier runter links genau. Ich kann mich an irgendeine komische Stelle erinnern, die war richtig scheiße. Das war hier. Wieso muss ich mal recht haben? Ach nööööööö genau es war hier. Ah. Ah. Und leider hätte ich das hier Single und Gold. Fähigkeitszelle? Woh school vs Mario Jese Wie gesagt, es ist ganz einfach wenn Du das Ding alles ausschaltet ist gesehen hast man sollte nicht zwischen den feuerstein rennen da geht es vielleicht auch noch nicht mehrfach könnte ein bisschen heiß werden ich bin so doof hier etwas in Sachen gerade Oh, safe. So, mal schön rechts oben. Wo war ich nämlich noch nicht drin? Ach ja, dumm hier auch. Gute Nacht, Ash. Schlafe schön, doch hol dich gut. Gute Nacht. Dann halt von hier. Das war scheiße. Da war auch noch was. Da komme ich später ran. Ach, boah. Da komme ich dann wohl der Spätermann. Ja. 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 Wie war das denn nochmal? Ja. 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 Das ist überhaupt nichts. Nein, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Oh, ich bin bekloppt. Das ist nicht abzustritten. Das ist gut. So, hätten wir es auch geschafft. Ich weiß nicht, wo das Ding da war. 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 Puh, ein bisschen durchatmen. Ach so, war das genau. Scheibenkleister. So, wird sich mal verschnaufen, Bosse. Hat echt gut geklappt. Ja, Tens, ich höre dich schon richtig schön flur, wie du das Stelle geliebt hast. Ich habe gerade nur ein kleines Problem, dass mein Kontrolang am Anfang zu schwitzen. Das ist nicht gut. Bis zum Ende, vor allem zu schützen, ist das auch nicht gut. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Puh, geschafft! Sie hat sich doll nicht mehr tweets vorgelassen. Ja, sie hat sich vollen sich immer nach unten verlassen. Glaubst du etwas zu wemțeln? Glaubst du was zu wenig? Der Geist der Brumm ist so nah. Das ist unsere letzte Hoffnung. Lauf. Lauf. Der Geist der Brumm ist so nah. Einen Schritt ist noch zu tun. Der Wald wird wieder leben. Schnell, neil, jetzt Hilfe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß ja, wo der letzte Prozent ist. Das ist ja der Kartenstein. Die ich mir nicht holen muss. Ich muss gerade gucken, wie ich da hinkomme. Mach hin, ich will den jetzt schon nicht mehr haben. Los, Stella. Es war eine schöne Melodie, ich weiß. Doch, danke an alle, die mitgemacht haben. Aber diesen einen Scheißprozent will ich nur haben. 99,99% habe ich ja geschafft. 99% Ach ja, das Ende ist auch so traurig. Och, schön. Hallo? Hallo? Danke. Wie gesagt, 99,9%. Ihr habt es letztes Mal 100% geschafft. Diesen 1 scheiß... Oh, jetzt heißt es falsch Spielstadt, oder? Ne, doch nicht richtig. Diesen 1 scheiß Mistprozent ist da oben. Den brauche ich. Das heißt, muss die ganze Finger mal oben laufen. Yippie. Ja, kein Hollywood-Ende, aber trotzdem sehr schön für dich. Ah. Nein, nein. Oh, abgestutzt. Ja. Okay. Ah, toll. Der Team ist auch vorbei, oder? So. 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 Hm. So. 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 See. Macht zweimal den Deigenfehler. Sehr schön. Ah, bin ich blind. 100%. Fertig. 89 Tote, 5 Minuten 13. Ja, 5 Stunden 13. Ah, schön. Okay, jetzt wollen wir das umstellen. Um 2 Stunden verbessert. So, aber in diesem Sinne sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir allen eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, mal gucken was wir anspielen. Ich habe noch ein paar neue Spiele gekriegt. Bis dahin, ciao. Tschau. Gucken wir jetzt, wenn ich euch jetzt wade, gucken wir da aus. Bin habe entweder noch schönes. Ah, das ist immer wieder gute Idee. Bei dem war ich auch schon lange nicht mehr. Ich schicke euch zu Rehn. Sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Tschau. Ciao. Vielen Dank.